Die nächste Eindämmungsverordnung ist dies nicht erwünscht. Ich bin hier ganz alleine. Genau, aber Sie kennen ja den Hintergrund, dass das hier in Versammlung steht. Ich darf überall alleine stehen. Ich darf überall alleine stehen. Ich darf überall alleine stehen. Das Ganze stellt den versammlungsähnlichen Charakter dar. Das wissen Sie auch, deswegen sind Sie ja hier. Ich kenne mal anhand des Schildes. Ich kann mit mir alleine keine Versammlung machen. Warum zeigen Sie das denn, wenn Sie alleine sind hier? Ich bin alleine hier. Ich darf überall alleine stehen. Sie sind nicht alleine hier. Auch andere Menschen werden hier angesprochen und des Ortes verwiesen. Im Moment sprechen Sie nur mit mir und ich bin alleine. Ich spreche nur mit Ihnen, das ist richtig. Aber die Einsatzkräfte sprechen auch andere Kollegen an. Gehen Sie jetzt weg. Ich verstehe Sie. Ich nehme Ihnen jetzt die letztmalige Möglichkeit, die Hörtlichkeit zu verlassen. Ansonsten werden Sie zugeführt und es gibt eine Strafanzeige. Party? Dann nehmen wir Sie mit. Ansonsten werden Sie mit. Ich bin nicht sicher. Nuri? 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 Deinem ist von der Hütte nicht zugeführt. Die Hütte nicht zugeführt. Hattet. Hattet. Untertitelung des ZDF, 2020